Ah, als ob No Way und ich schon immer zusammengespielt hätten, wa? Oh nein, 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 nein. Oh, nein. Ich bin da. Ich bin da. Full Tryhard. Ab die Post. Wir haben den einzig wahren Don No Way auf der Mitte. Stridebreaker gibt es immer noch. Okay. Das heißt, wir werden Stridebreaker Second Item bauen. Hexplate into Stridebreaker ist das Play. Into Black Leaver. Oder into Resistenzen. Das werde ich mal gucken. Wir wissen nicht, wo der Enemy-Jungler gestartet hat. Die haben Bottle in Pryo. Zack könnte mich invaden. Ich gewinne das 1v1 gegen Zack natürlich. So, Zack ist auch noch ein S-Tier-Champ auf jeden Fall. Ja, ich muss unbedingt mal dieses Dingens anwenden. Ich ping die ganze Zeit den Fistbump, wenn ich Hotkey pingen möchte, dass ich, äh, dass wer miss ist. Wir gehen für Double Crap. Wir junglen uns nochmal top to bot. Actually werde ich jetzt für die Drums spielen. Vielleicht ist er da sogar auch. Nee, ist er nicht. Okay, nice. Wir haben die drei Void Drops bekommen. Der Zack ist Botzeit gerade. Ich brauche nicht mehr viel zu Level 6. Er könnte jetzt entweder für den Mitte-Gank gehen oder er geht für Drake. Er ist strong. Erster Kill der Season. Noch kein Tod, Leute. Ich habe nicht gedouble-t. Oh nein. Okay, sehr gut. Ich habe die Cue geblockt, was wichtig war. Nice one. Six Void Drops is gonna be. On my way. Boah, schöner Flash. Nice. Er kriegt auch noch den Kill. Ist perfekt. Einziges Sorgenkind ist unsere Borderline. Draven hat Cash inbekommen. Das ist wichtig. Wir sollten direkt für Drake gehen dann. Mit dem Kill. Okay, ich weiß nicht, wo Zack hingegangen ist von Mitte. Schönes Ding. Ja, der Thresh wird die ganze Zeit für Lantern spielen. Ich kann nicht einfach auf die Ash rauf ulten. Das wird nicht funktionieren. Wir können Mitte hier aber wieder Cover geben. Aber ja, Mitte krasse Dominanz hier, ne? Das gefällt mir sehr. Oh Gott, der dreht komplett durch. Leute, ihr müsst verstehen. Für mich ist das... Für mich ist das ein absoluter... Best Tag. Ah, das ist nicht playable, leider. Unlucky. Dass der Ash rauf in der Mitte trifft, ist natürlich auch sehr, sehr unfortunate. Ab, 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 ab. Wer ist denn da top gerade? Oh, ooooh. Ello! Was ist das? Er stirbt leider Hat Shutdown abgegeben Er hat mich einfach umgebracht Er war völlig nutzlos und hat mich umgebracht Fuck Okay, 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 alles easy, alles easy Meanwhile Lol, der Harry chargt nicht mehr auf den Turm alleine Das wusste ich nicht Schönes Ding Wir haben sehr viel Geld Stridebreaker it is Der Spick Shutdown Okay, ich weiß nicht, ob das worth ist, ey Bin ich ehrlich Oh Gott Aber ist halt ein nicer Shutdown, ne? Oh, ich hab Ult wieder ready Eigentlich für Drake spielen Ja, hier sollte keiner von denen contesten können Schönes Ding Wir haben hier das Objective Game gerade sehr am Start No Way ist auch übel fett Also das passt richtig gut Schönes Ding Oh, hinter dir, hinter dir, hinter dir No Way, hinter dir, no Way, hinter dir, no Way Junge hat der Pike-Dub schlecht gespielt, ey Fui da, evil Also diese Ash ist mein absoluter Nemesis, ey Diese Runde Die ist wirklich mein absoluter Nemesis, diese Ash Okay, okay, okay Mein Team explodiert komplett gerade Die spielen 4v5 gerade Die spielen 4v5 Ich mach gar nichts Ich mach gar nichts Oh, ich ping Nash Gut gemacht, Team Let's go Starkes Ding, Mann Ich mach schon mal Krabbe Als ob No Way und ich schon immer zusammengespielt hätten, wa? Das Game haben wir eigentlich richtig gut synergiert Also Also Mitte Jungle war dope hier gerade In dem Spiel Not gonna lie Ich wollte gerade Stopwatch kaufen Aber den Boom skippet ja gar nicht mehr, ne? Wir sollten hier halt eigentlich fighten, so Wir sollten eigentlich einen Fight nehmen gerade Nice one Ja, wir können noch, wir können noch. GG-Report-Chase, let's go. Symbra ist no way, ach so, das wusste ich ja gar nicht und damit, äh, Leute, reingehauen, ne, ach ne, ihr wollt bestimmt noch sehen, wie viel LP ich hier gemacht hab nach so'n Win. Diamond 4, Schmakofarz 2, 0, Chat. Sehr gut, und jetzt, äh, aber auch wirklich abonnieren und sowas, ne, Kommentar schreiben, wie klasse das Video war und sowas, ne, dankeschön, tschüssi, gut. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz nach nem Teppich gucken, während wir ins nächste Game reinladen. Drei, ich hab drei, Fired Drakes. Lose rein, start to flame, launch your verbal assault. Blame the Junkwer, Cause it's always the fault